so und damit begrüße ich euch jetzt hier herzlich zu meinen Neuen Desperate und zwar wirklich ein richtig Premium-Spiel damit vom Verfahren gekauft auch schon durchgespielt und wie gesagt die Abstimmung hat ergeben der Abstimmung in Anführungszeichen gleich mal ist es nur einer gemeldet es wurde getötet die Mafia glaub ich und dann ich bin jetzt die Reihenfolge kurz nach ich hab doch alle an meinem Handy und zwar genau zu spielen jetzt erste Woche geht nachdem wird gespielt haben kommt Mafia 2 und danach Hitman Absolution und ja hoffe ich gefällt euch diese Reihenfolge weil ich danach weiß ich noch nicht so genau aber ich denke mal das wird das alles bisschen dauern bis ich dieses Projekt so weit hab und ja wir klicken mal um fortzufahren und ich hab mir nochmal untergestellt oh Gott das ist richtig das Spannende ich muss sagen also wirklich ein Premium-Spiel was Telltale Games da gemacht hat das ist echt Hammer das Spiel das muss ich einfach sagen so ich werde ein neues Spiel erstellen wie gesagt ich hab das schon mal durchgespielt und ja neues Spiel so wir werden Standard oder nicht Standard wir werden Standard benutzen jetzt hat hier so ein bisschen was angezeigt wird und so sonst ja ich hab keine Lust irgendwann einfach nichts mehr weiterzukommen so bis zu der 1 ein neuer Tag mal gucken Jo ok sowieso bestes Feature ok nicht bestes ziemlich gutes was war das beste ich weiß nicht The Walking Dead auf jeden Fall so es geht los ihr seht hier ein bisschen Comic-Stil-haft aber ähm nett ist auf jeden Fall es gibt natürlich Leute die Zeitung stehen die Packe finde ich nicht klar ging schöner aber nicht zwingend haben wir es getan ähm die Pagnen die Pagnen die Pagnen nicht nein nicht nicht ich habe ein paar Leute nach nach dieser Kirch der weiß wie viele Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Nicht für mich. Weil die Leute in deiner Position haben bereits genug gesagt. Es ist ein Battlefield oder so, von meiner Meinung nach. Okay, es ist natürlich auch eine Gewohnungssache. Okay, dann schauen wir, wie man es rückspiegelt hat. Ich folgte dir ein bisschen ein bisschen. Du warst ein Mädchen und alles. Was denkst du? Ich bin nur glücklich, dass ich das Gesetz nicht gewählt habe. Ich muss ein Trial wie das. Auch wenn du insofern warst. Das ist ein bisschen, was passiert ist, kann ich niemals verletzt werden. Ich habe die Medikatorin, Allen. Es ist ein Herz zu sehen. Es ist 10-20 zu kommen. Any of das ist wichtig für dich? All of es. Aber die Boxen nicht aufhören. Sit in dieser Sitzung und paye zu viel Aufmerksamkeit, und du wirst dich verrückt. Ich habe ein Freund hier an UGA. Du studierst da lange? Ich habe eine 6 Jahre. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Ich habe das nicht gefunden. Ich habe das nicht gefunden. Ja, dann... Ich habe das nicht gefunden. Ach� Du meinst... Es könnte sein, dass du die falsche Frau amarriert hast ... das der oder das ist das abzuziehen das Letters ist klar! Eww... Eww... Oh, das ist nicht so weit. Sie haben ihn verletzten, verletzten seine Frau, und sie verletzten, als die Jungs durch die Tür kam. Er sitzt in meinem Auto, grüßt, dass es nicht ihn war. Ich glaube, er hat sich selbst glaubt. Es zeigt, dass die Leute verrückt werden, als sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe eine gute Idee für euch. Das ist ein bisschen weniger Depressant und ein bisschen mehr Hilariös, wenn ich etwas sage. Das ist aber auch etwas Unschön aus, sag ich mal. Scheine, etwas angeschlagen. Etwas hustt, hustt. Schmerz. 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 Ich werde auch in den Spielen nicht so viel sprechen können, weil wir uns sehen haben. Ja, äh, gibt's da öfter Konversationen, zwar nicht immer, aber... Ja, in dem Fall jetzt zum Beispiel vorhin... Ja, äh... 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 So richtig krass groß ändert das die Story ja jetzt auch nicht. Oh, das ist... Für jeden, der der Walking Dead kennt, weiß, dass jetzt die ziemlich blöde Situation ist. So, alles gut. So, aufschneiden. Äh, aufschneiden auf jeden Fall aufsperren. Und hier nochmal. Officer? Ah, 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 ah... Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? Rett ihn. Get away from me! What the hell are you? Shit! So, rein, 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 rein. Don't make me do this! Ich würde sagen, ich hab getroffen. Man. Huui. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? And there is a geheimnisvolle figure. Help! Go get someone! There... There's been a shooting! There's been a shooting! The car... ...is bestimmt... ...dank of the shooting kaputt gegangen. Ähm... ...ja... ...ähm... Das hört sich schlecht an. Das IST schlecht! Das IST schlecht! Oh Gott... Also... Ähm... ...der... ...geschicklichkeitshafteste ist er dann ja auch nicht, ne? ... ... ... ... Aufschon! Also nur ein kompletter Spike. Ist das jetzt noch mal hingefallen? Fertig doch. Gute Nacht! Aufschon! Safety! Also, fast. Na jetzt haben wir abgelöst, kann man nie sagen, sicher. Aber einiger machen. D. D. Hör, da war noch Glück gehabt, ich vermute einfach mal. Ja, wenn da jetzt nicht geschossen wurden, wären die da geblieben. Hätten weiter geklopft, hätten neue angelockt und irgendwann wäre da zauber. zusammengekracht. Ja, ein bisschen... bei dem Haus. Erst mal reingehen. Dann... gehen wir mal rein. I'm not an intruder. Or one of them. Nicht gut aus hier, würd' ich mal sagen. These people may need more help than I do. Oh, Jesus. Und... richtig intelligent. Um... 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 Maybe there's something on there. Three new messages. Message one. Left at 5.43pm. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Message two. Left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've gotta get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. Left at 6.51am. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you.